Blau, Vogel, Stefan in Rot, Vorbereitung, Nicker, Julian in Blau und Wilhelm, Jan in Rot. Wir brauchen Olinienrichter. Zwei. Zwei Eurorichter. Los, hau aus. Hey, Leute. Kommt, Thomas. Ja. Ganz alliiert. Gehgeld in rot. Ratspair. Kampf. 2, 0, Rest. Stopp. Stopp. Punkt, blau. Gelb. Stopp. Punkt, blau. Moment, ganz kurz. Nochmal, für den Ablauf. Wir haben zwei Paar Bänder. Wenn ihr fertig seid, geht zu den Seitenrichtern, lasst euch die Bänder abnehmen und gebt sie. Und diejenigen, die den nächsten Kampf haben, holt sie sich gleich ab. Und diejenigen, die müssen sie eigentlich schon anhaben. Eigentlich können dann diejenigen, die danach sind. Und diejenigen, die den nächsten Kampf haben, organisieren sich diese Teile schon. Wenn die keine haben, schreien sie. Habt ihr das alle verstanden? Bereit? Kommt! Dann, Lüderbundgeblauch, drei, null, Kampferde. Die Linienrichter, die Linienrichter.